RUSSCHT! Oh fuck, da ist einer. Du willst mich aber nicht töten. Hi! Oh shit, ich hab nichts um mich zu wehren. Hi everybody! Hallo Leute! What the fuck? Was geht denn jetzt ab? Ich glaub ich mach mir mal schnell nen Speer. Besser ist das. LOL! Jetzt geht die voll aufeinander los! Guck dir den an! Ok, ich verpiss mich hier. Der Typ der sagt vor zwei Sekunden zu mir, hey, hey, I'm friendly, I'm friendly. Dann kommt ein anderer Typ und sagt, hey, let's kill this guy! Das ist scheißegal, der geht einfach drauf los. Ich verpiss mich. Oh! Uh! Jemand hat mich erschossen. Holy shit! Und ich blute wieder. Ich stand zu lange AFK rum. Oh! Oh! Ist das anstrengend, dieses Spiel zu spielen, ey. Ich bin jetzt hier bei der Tankstelle. Hallo! Und hier alles mögliche abbauen oder so. Hey fucking hey! What are you doing? I hate people who don't speak to me. I really hate people who don't speak to me. Speak to me! Do you have a mic, dude? I kill all these people who don't speak to me. I kill all these people who don't speak to me. I kill all these people who don't speak to me. Shut up! No! Yes! Okay, why are you coming from? Why are you coming from? Yeah, why am I coming from? What the fuck? Der fragt mich warum ich von wo komme. What the fuck? Why am I coming from? Why are you coming from? Hey bitch, come on, find me. Fat man, pussy, pussy. Pussy, pussy. Pussy, pussy. Rumpdrehen! Ah, daneben. Er hat ne Axt, er hat ne Fackel. Ich battle mich mit ihm. Ah, hier ist das Spiel von der Tankstelle. Er will sich zu spüren. Mani, hier. Eita, wo? Eita, wo? WooH! HAHAHA! AAAAAAAAAA! Hahahaha! Etwas, das Game so. Eita, was ist da schon wieder los? AAAAAAAAAA! AAAAAAAAAA! Halt mich! Halt mich! Schau, hier hat einer irgendeine Falle in so einem Gebüsch gebaut. Hier lag einer auf dem Boden, der am Weinen war. Alter, das ist einer. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Don't kill me. What are you doing? Are you from Sweden? No, no, no. We need... What? No. Where are you from? Are you from... Are you from Sweden? I am from Switzerland. Okay, you are allowed to live. Everyone from Sweden has to die. Okay. Wow. You can keep going. Can you tell me where I find stone? Yes. Or you may have some stone. Is this... This is a stone. This is a stone. It's soulful. Or metal. No, it's soulful. Oh, you need stone. Just look around and just go look around. You know what you can have? Your life. Now go. Ah, okay. Thank you. Yes. Just like look around. No problem. I didn't exactly know. It's like... It's randomly, man. It's randomly. Okay, thank you. Have a nice day. Should I walk there? Yes. It's not yet. Ah. No. Hello. Hello. Hello, my friend. Go for it. It doesn't matter. Why does he call me friend and then he shoots me? Ich hab das Schloss nicht angemacht. Eine Ewigkeit später. Hier fappt einer. Alles klar. Läuft. Läuft. Läuft mich gekillt. Ich hab doch geschossen. WTF? Entschuldigung. Warum steh ich wieder? Oh, Jesus Christ. 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 Kleine Info wieder, ne? Heute Abend ist wieder Rust, Rust Stream Rust Stream Auf Twitch Videobeschreibung, Link, Gucken Vorbeikommen und Wird geil, hoffe ich Tschüss Ach ja, 18 Uhr Bis zum nächsten Mal